Moin Leute was geht ich bin es wieder euer Knallkecks zurück bei GTA 5 mit einem neuen Glitch diesmal und heute zeige ich euch genau das was ihr hier gerade seht und zwar euer T-Shirt mit eurer Crewfarbe diesen Flugzeughelm und dann einmal ja wie ihr das schon sehen könnt oder auch nicht sehen könnt die unsichtbaren Arme ich hatte ja schon ein Video hochgeladen mit dem Hemd aber ja das geht jetzt auch nochmal mit dem T-Shirt das zeige ich euch der ist auch ganz einfach dafür geht ihr einfach wieder in den nächsten Laden geht auf Fliegeranzüge es ist egal welchen ihr nehmt ihr könnt den grünen aber auch den schwarzen ich nehmt in dem Fall im schwarzen weil schwarz mir bei dem persönlich besser gefällt ist auf jeden Fall egal welchen ihr nehmt hauptsache ihr nehmt irgendeinen davon also wenn ihr ihn gekauft habt geht ihr auf Interaktionsmähl geht ihr auf Stil und auf Accessoires so dann geht ihr auf Handschuhe macht einmal nach links auf die weißen Chirurge Handschuhe so dann geht ihr hoch auf Helm macht einmal nach rechts so getrunken runter auf Ohrringe macht dann nach links geht hoch wieder auf Helm dann macht ihr bei dem Helm nochmal nach links so jetzt seht ihr schon mal ihr habt euer T-Shirt mit eurem Crew Emblem und ja den Helm auf so und jetzt bei den Handschuhen geht ihr dann nochmal nach äh äh was schon links war das ja genau geht ihr nochmal nach links und dann hab das so persönlich ist der Glitch auch ganz geil weil ich den Helm auch ganz geil feiere ganz geil feier besonders so dann könnt ihr direkt hier hin und Outfit speichern wie ich das hier schon gemacht hat ähm T-Shirt wechseln könnt ihr nicht Hose leider auch nicht, dann geht's weg. Leider, leider. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ob man auch Schuhe wechseln kann. Ja, okay, Schuhe kann man wechseln anscheinend. Ja, okay. Also dann ist das halt so, dass wenn irgendwas wechselt, dass dann auch der Helm verschwindet. Weil, ähm, das dann natürlich auch so gezählt wird, dass das noch zum, äh, Flugzeug, zu dem, äh, Fluganzug dazugehört. So. Also, ich hoffe, warte mal, jetzt, das interessiert mich jetzt aber nochmal. Wenn ihr jetzt auf... Ähm, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja, ne, okay. Also, leider könnt ihr dann halt nichts verändern, aber es sieht trotzdem halt mega nice aus. Und, ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich bringe jetzt in nächster Zeit viel mehr Videos raus. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.